Es ist eine Eule. Ja, ich hab jetzt kurz irgendwie das Plätzlicht aus. Deswegen ist es ein bisschen dunkel. Ja, hier ist eigentlich das normale Licht. Ja, genau. Das hat sie vom Adventskalender. Und hier ist jetzt ein Unterstand. Das Baby von dem Zebra. Und hier ist die Mutter von dem. Ähm, wo sind meine Eier? Ihr braucht Eier aus. So sieht's aus. Was für ein Fehl. Das ist ein Fehl, Leute. Habt ihr gehört? Ich mach ein Fehl. Ich hab, glaub ich, gar nicht so viele Fehl. Aber jetzt hab ich ein Fehl. Naja. Und wo ist jetzt das? Da ist das. Das ist erstmal so eins. Das ist das. So, ich guck jetzt die Mundprinzessin. Das hab ich zwei als D-Potie, aber egal. Ich weiß, es kommt irgendwie gerade zur Zeit. Also heute nicht so viele Fotos hab, wo ich von meiner Freundin bin. Aber... Das ist nämlich die Mundprinzessin. So weiß ich nicht. Ich würde so bitten, wenn ich ernsthaft diese Dame niemals auf einem Pferd hüsten solltest. Diese Tiere, das weiß man ja. Sie schwanken. Und sie sind bösartig. Und... Ich glaube, dass Sir Benjamin, das müsste vielleicht der passende Moment für mich sein, mich zurückzuziehen. Wo sind denn... Oh, wie alt ist denn? Wo sind denn... Wo ist denn? Wo ist denn? Wo ist denn? zwei jahren seit 2005 Sessi Sankt vor zwei Jahren ja in der ersten Zeit fast vor zwei Jahren und ich finde sie zu hübschen ja der Koch aller Köche zu euren Diensten kleine Prinzessin wie viele jenige wenn wir immer Milch aus Butterplätzchen hinstellen man ist es erst dann ist es weg seit ein paar Tagen da da ist der alte Zauber